Hallo, das sind wir, Pauli und Simon, und wir möchten euch gern zum Sachen machen im Frühling einladen. Sachen machen ist ein Seminar, bei dem es darum geht, in Verbindung zu kommen. In Verbindung mit uns selbst, mit unserem Körper, in Verbindung mit der Welt um uns herum und in Verbindung mit anderen Menschen. In Verbindung ist das, was unser Leben reicher und bunter macht, farbentroher und lebendiger, sinnvoller. Es geht darum, eine tiefe Freundschaft mit unserem Körper aufzubauen. Denn wir haben nicht einfach nur einen Körper, wir sind unser Körper. Unser Körper und unsere Sinne sind der Filter, mit dem wir die Welt wahrnehmen. Je feiner und bunter diese Filter, desto bunter und lebendiger die Welt. Es geht darum, draußen zu sein, neue Wege zu gehen, neue Möglichkeiten zu finden. Uns fortzubewegen, draußen in der Natur und dadurch richtig in Kontakt zu kommen mit ihr. Was wäre, wenn du statt Hindernissen plötzlich Möglichkeiten siehst? Hast du Lust auf Gemeinschaft, draußen sein, mit anderen Menschen, lernen, rauchen, spielen, Sachen machen? Mal aufgeben, in der Geschichte der Menschen, lernen, eher ruhig. Alles, was passiert, ist Motivation. Also, wenn du Lust hast, dann immer das Kind rauszulassen, einfach zu spielen, einfach zu sein, einfach Sachen zu machen, dann kommt vorbei. Damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie es da aussieht, nehmen wir euch mal mit auf eine Runde über das Gelände. Wir sind gerade in der Jugendzeit angekommen und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Kurz rein, okay, gehen wir rein. Ein, sechs Sätze mal. Dann gibt es hier natürlich noch den hauseigenen Wetterbaden, der zum Aushängen und Rumturnen in der Früh einlehrt. Sehr gut. So wie die Feuerstelle, wo wir uns jetzt gerade schon mit Snacks gemütlich gemacht haben und wo wir dann immer abends ein Feuer anschmeißen. Die Wiese, die wir dann ganz vor uns haben, den angrenzenden Wald. Da hinten ist dann auch die Wieser, um ein paar kleine Seen zu finden. Hast du Lust, deinen Körper und dein Innenleben besser kennenzulernen? Hast du Lust, draußen unterwegs zu sein, zu kraxeln, zu erkunden, zu stromern? Hast du Lust, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein, zu raufen, zu spielen, gemeinsam zu kochen, am Lagerfeuer zu sitzen, Geschichten zu erzählen? Dann bist du jetzt dran. Diese fünf Tage sind genau für dich. Dabei ist es vollkommen egal, wie alt oder wie fit du bist. Sachen machen ist für alle. Und Sachen machen zusammen, macht noch mehr Spaß. Deswegen wird es auch günstiger, wenn ihr euch zusammen anmeldet. Jetzt seid ihr dran. Alle weiteren Infos findet ihr auf meiner Website simon-maura.com oder auf dem Instagram-Profil von Pauli oder mir. Wir freuen uns. Ich befreue das Werk der Motivation. Das wichtigste Werk der Motivation.